Das war's also. Halloween ist auch vorbei. Das heißt, der Sarg kommt weg, der Ramses kommt weg, der Adi kommt weg, alles kommt weg, ne? Ja, der tut sich schon wieder mit der Gardine einlassen. Guckt euch das an. Adi, wir haben dich erwischt. Ja, jetzt brauchst du nicht loslassen. Hängst du etwa fest? Nein, ich bin in der schwedischen Gardine. Guck, Adi. Ach, jetzt hat er... Gut, das war's jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut, euer Ramses.